servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und ja teil 2 vom finchgau trip es gibt nur zwei videos habe ich beschlossen weil die trails einfach sonst für euch zugleich sind weil wir eigentlich jeden tag relativ das gleiche fahren und deshalb gibt es jetzt shuttle apps für euch wir sind die letzten tage im shuttle gefahren und heute auch noch mal heute schon so letzter tag ihr seht ich bin ziemlich eingepackt ist ziemlich kalt ja ihr seht die sonne scheint ist richtig geiles wetter aber kalt ist trotzdem egal es geht auf jeden fall auf paar shuttle apps viel spaß mit den clips ich schneide euch das beste von den drei tagen rein und ich hoffe euch gefällt das video ihr seht jetzt den manu sein intro weil das eh viel besser als meins und deshalb geht es jetzt los viel spaß wie immer let's go herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal hier wunderschönen malaga und wir fahren hier ein bisschen fahrrad essen leckeres essen wie schnecken und feigen und datteln warte mal kurz mein handy klingelt straber und eigentlich fahren wir seit fünf tagen das gleiche und essen kuchen werden fett aber es ist schön weil es ist warm ja mach weg jetzt waui heiß wuhu wuhu wuhuu wuhu 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 Das war's für heute. Was? Dann müssen wir schneller fahren. Ja, schneller. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kurve! Habe ich doch gesehen, antizipiert, dass man da drüber kann. Also Holy Hansen ist tatsächlich frei von oben. Unglaublich. Haben wir jetzt vom Shuttle Fahrer gesagt bekommen, gestern hieß es noch, es liegt Schnee. Aber es wird sogar staubig. Von daher, hier ist definitiv nichts mehr mit Schnee. Und sogar freigekehrt. Auf den nicen Dudes. Dieses wohl regelmäßig machen. Ziemlich nice. So, weiter geht's. Auf den fahre ich jetzt hier im oberen Teil wieder blind. Ich habe wirklich keine Ahnung, was kommt. Geil. Da fahren wir mal Shortcut, da habe ich keine Lust auf die Kurve gehabt. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ach du Scheiße. Okay, hier habe ich Angst. Oh, wieso. Wenn du nicht. Das ist jetzt zu Ende. Oh, wieso! Wohooo! Ah, ja! Okay. Na ja, Schlüsselstelle. Geil. Ja, ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Aha! Wow! 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 Wow. Wow! Wow!